Ni hao meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars Oh mein Gott Leute, ihr seht schon, es ist wieder eine sehr, sehr komische Map am Start und ich dachte mir mal, wir lassen es uns nicht lumpen und holen uns den guten High First und den Tobi am Start Was geht, was geht? Tobi ist gemutet, aber egal Ja gut Leute, wir werden auf jeden Fall Nice, wir werden auf jeden Fall heute diese Map testen und ich bin auf jeden Fall mega gespannt Ich habe die ein oder zwei Mal on stream gespielt und ja Leute, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert sehr gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke und Leute, schreibt mal in den Kommentaren, ob ich öfters mal solche komische Trollmaps spielen soll und ja, wie gesagt, falls ihr mich supporten wollt, Leute, kostenlos wenn ihr etwas im Shop kauft, gerne mit meinem Creatorcode kostet euch nichts und würde mich sehr freuen alle sieben Tage wird der Creatorcode gelöscht das heißt, ihr müsst alle sieben Tage neu den Code eintragen im Shop Vielen Dank an alle, die meinen Creatorcode nutzen ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video So Leute, wir kommen jetzt zum ersten Game Wie gesagt, ich habe das bisher nur zweimal gespielt ich bin immer mega gespannt Oh, JC Oh mein Gott Let's go, Leute Tobi Dodge Was ist das, Leute? Also wenn wir das verlieren, ne? Dann ist das nicht schlimm Oh mein Gott Leute, lasst dafür auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben für diesen komischen Lost Moment hier Oh mein Gott Ich bin tot Nice Also, Leute, letzte Sekunde dürfen wir nicht sterben dann müssen alles töten Ihr wisst, wie es funktioniert Ah, Dodge Was zur Hölle ist da das für ein Modus? Wir gucken, dass wir am Ende unsere Ult haben Ja, am Ende, Leute Am Ende auch unsere Ult haben So, letzte 10 Sekunden, glaube ich Oh, I first, du bist so gut Du triffst deinen Puls Tobi hat auch 100% Hitrate Oh, Mann Wie kann man hier Overkills machen? Das geht gar nicht, oder? Oh Oh Lol Jungs Wie haben die denn das? Oh mein Gott Ich habe mehr Blackscreen als alles andere Leute, schreibt mal in den Kommentaren, was ihr von dieser Map haltet Ey, es ist ja, mal kommt, der GG Oh Leute Letzte Sekunde, ne, Tobi Du weißt Gadget Und Gib ihm Oh, das ist gut Das ist gut Das ist gut, Jungs Pass auf, pass auf Oh 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 Oh, Leute Oh, ein Draw Was Was ist das? Lol Erstes Game Ein Draw, Leute Ich würde sagen, auf geht's zum nächsten Game So, Leute, wir kommen zum zweiten Game Oh mein Gott, Leute Doppeltag Ich krieg die Krise Leute, der erste Stern ist der wichtigste Doch, letzte Sekunde Okay, Leute Leute, wenn ihr sowas feiert Und ihr wisst, was zu tun ist Oh mein Gott, diese Runden sind so lustig Ich hatte selten so viel Spaß Muss ich sagen Mega lost, diese Map Ja Mega lost Jungs Spielt doch einfach gut Dodge doch mal Guck, guck, guck Ich überlebe Nein Das ist so ein Witz Ey, wir müssen jetzt Frank unbedingt töten, ne Ey, töte mal Frank Töte mal Frank Jetzt ist kein Witz Wir müssen Frank töten Da darf ich mehr Kills sammeln Sonst macht er Overkills Jetzt muss ich überleben Pass nur auf, dass ich die Kills kriege am besten Nein Oh, jetzt sterbe ich Macht mal das Ding Die dürfen keine Overkills machen Leute, tötet den, der, der, der mehr Stern hat Also der, diese Tötet ihn Ich hab dir wünschen Jawohl, dankeschön Oh, Tobi so gut Nein Ach, Tobi Oh, Tobi Leute, ohne Witz Wir haben gerade gleich 1 Uhr, ne Ich hab zu Tobi und High First Na, Jungs, ich muss ein Video drehen Kommt mal kurz ran Ne Und jetzt, Leute Die spielen, drehen die wieder mit mir ein Video, glaube ich Jetzt, Jungs, Jungs, jetzt Jetzt Go, 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 go Oh, Jungs Oh, schon wieder was Was Schon wieder ein Draw Junge, was ist das, bitte Ich werd das Video sowas von hochladen, ne Zwei Games, zwei Drops, Leute WTF Einfach Oh, Mann Let's go, Leute Dritte Runde So ein Doppeltag, let's go Da bin ich drin, Jungs Ich seh, ich seh, ich seh Ich seh, ich seh Ich seh Ja, Tobi hat Ja, ja, ja Abuse das, abuse das Abuse das Tötet ihn Vor er Eier legt Aber selbst wenn er Abka ist Lohnt sich das nur, wenn wir Overkills machen Aber Overkills hier zu schaffen Kannst auch um 2v3 machen Oh, Rapp Also, ich find die Map echt cool Ja, das Ende wird wieder geil So, let's go Komm, Leute Einmal müssen wir doch gewinnen können, oder? Wir sind noch Pro-Players Oh, oder auch nicht Zwei Schattens Oh Tobi hebt ihr eigentlich noch auf Fürs Ende, ne Vielleicht sollten wir am Ende nochmal alle töten Einmal Also so wie der letzte 10 Sekunden Oder Sonne Warte, wie lange spawnen wir? Ich muss noch kurz an der Zeit gucken und sterben So, 371 Zwei Sekunden brauchen wir ungefähr Das heißt, wenn wir bei 8 alles durchpreschern Na, bei 6 müssen wir alles durchtöten Habt ihr gehört, Leute? Bei 6 Sekunden müsst ihr timen, dass ihr alles töttet Ne, 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 alles gut Jetzt können wir noch einmal sterben noch Warte, oder nicht Oh, oh Let's go Oh, ich tank Ich mach das Ding tot Tobi Hi, wer ist da? Oh, Jungs Let's go Wir haben gewonnen Let's go Let's go Die Leute Zwei Drops Oh, man, Leute Ihr seht Zwei Drops Einen Win Ich würd sagen, Leute Wir machen auf jeden Fall noch ein Game Weil es so Spaß gemacht hat Falls ihr sowas feiert, ne Gerne einen Like da lassen Ähm, falls ihr solche Aktionen feiert Wo ich mal Solche trollen Maps spiele Und ich würd sagen, wir kommen zum letzten Game So, Leute Wir spielen auf jeden Fall noch eine Runde Doppelrosa Doppelboxerin Ja Ja, das stimmt Sollte mal eigentlich ein Boxer vs. Boxer machen Ja Dann schnade ich wieder Wieso ist das ein Boxer Ne, ne Du weißt, wer die 1 vs. 1 bisher immer gewonnen hat Ja, ja Warte, halt first, ich cover dich Halt first, ich cover dich Nein, Tobi Come on Ich lese halt wieder in die Kommentare Dann die wieder Toxic Flampt Deine Team Aids Nein, Leute Das ist sehr nur der Spaß, ne Also Ich spiele jetzt diesen Modus auch nur ausfallen Nein, eigentlich bin ich Spiele ich ihn, weil ich push nicht Ja Steh mir vor, das gibt's echt, ne Ja So letztes Geld Eine Million Let's go Da ist er drin Guck Leute, ich plan das taktisch Oh Oder auch nicht Ich finde das immer so geil, wie du da so stehst und denkst, du kannst healen Das ist halt nicht Ich denke mir auch so, ich heal jetzt erstmal ne Runde, ne Aber, ne Ich block für dich Aber Shelly könnte eigentlich gar nicht so wert sein Aber, ja Ist schwer Und jetzt musst du dein Old sammeln, Tobi Jetzt ist das wichtig Oh, oh, acht Sekunden, das wird echt los Oh, let's go, Jungs Oh, das ist eindeutiger Win Wie deutlich, wir haben fast, wir haben neun Sterne mehr, oder war das? Oh mein Gott, Leute, let's go Ich würde sagen jetzt Das war's mit dem Video, Leute Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne ein kostenloses Abo Na gerne, falls ihr euch was gönnt im Shop, Leute Ihr wisst Bescheid, gerne meine Code eintragen Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag noch Und, beziehungsweise ein schönes Wochenende Wir sehen uns spätestens heute Abend im Stream Oder wie jeden Tag um 13 Uhr Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao